Hallo, mein Name ist Melvin Pelzer. Ich bin die Katrin Zander. Wir machen die Ausbildung zwischen den Kanten. Wir haben uns für die Ausbildung entschieden, weil das sehr zukunftsorientiert ist. Man hat sehr viele Möglichkeiten sich weiterzubilden und das ist sehr abwechslungsreich. Zurzeit arbeiten wir im Technikum an der Batchanlage. Wir lernen, wie man die Anlage steuert und regelt. Wir sind praktisch zurzeit die Regler. Wir werden die Ausbildung auf jeden Fall weiterempfehlen, dadurch, dass sie sehr zukunftsorientiert ist. Das ist ein Beruf, der sehr sicher ist. Man hat viele Möglichkeiten in verschiedene Bereiche reinzuschauen und auf jeden Fall die Möglichkeit sich weiterzubilden. Wenn ihr Interesse am technischen Arbeiten habt, sowie an chemischen und physikalischen Arbeiten, dann bereft euch bei Neos in Köln.